Uttanahastashirshasana, Kopfstand mit ausgestreckten Armen und Handrücken am Boden. Samuel zeigt, wie es geht. Gib den Kopf auf den Boden und die Hände auf den Boden, so kommst du erstmal hoch. Und dann streckst du ein Arm so aus, dass Handrücken auf den Boden kommt und dann der andere. So bist du in Uttanahastashirshasana, Kopfstand mit ausgestreckten Armen. Versuche etwas Gewicht auf die Hände zu haben, sodass nicht alles Gewicht auf dem Kopf ist. Übrigens, mit etwas Übung kannst du das Gleichgewicht relativ gut halten, aber du solltest es nicht zu lange halten, weil so viel Gewicht auf Nacken- und Halswirbelsäule ist.